Wie vieler Differenz, wir Franzosen, wir legen Wert auf Unterschiede, wodurch unterscheiden wir uns? Das hier ist ein besonderer Raum, ich will Bezug nehmen auf diesen Begriff Space, Space, Espace, Raum. Wenn ich hier bin, dann sehe ich, das ist ein Inselraum, eine Art Oase und zugleich auch ein Erholungsraum. Wer hier kommt am Sonntag, der kann sich wirklich hier erholen, inmitten einer Weltstadt mit Herbst. Insofern ist es was ganz, ganz Einzigartiges. Aber es ist ja auch ein kultivierter Raum, denn hier wird Kultur betrieben und die Natur wird kultiviert. Insofern ist da eine besondere Ambiente. Es ist ein Sphärenraum, wo gefeiert, getanzt, geliebt und geheiratet wird. Insofern ist es auch ein Festraum, wo Menschen miteinander Zeit verbringen. Zeit ist etwas Kostbares und sie haben sich Zeit genommen, um hierher zu kommen. Zeit, Raum und Zeit, Traum. Hier ist ein Kunstballungsraum, wo kein Raummangel herrscht. Das ist eine Besonderheit, eine Differenz, denn wir suchen immer wieder Räume, wo Kultur entstehen kann. Insofern ist es hier auch ein kleiner Tresorraum, denn sie finden Kostbarkeiten, wenn sie mal genauer hinschauen. Es ist aber auch für viele hier ein Existenzraum. Sie existieren hier, sie arbeiten hier. Insofern ist es manchmal ein Hobbyraum, aber auch ein Büroraum und ein Denkraum. Denn ein Künstler, der hierher kommt, der malt nicht nur einfach und macht auf schnell eine Videoinstallation. Er denkt und reflektiert. Insofern ist es ein Reflexionsraum, wo nicht nur gedacht wird, sondern auch Gefühle entstehen. Das heißt, wir haben es hier, besonders im Botanikum, mit einem Erfahrungs- und Erlebnisraum. Wenn Sie wollen, können Sie heute sehr vieles, vielleicht Neues erfahren. Wie? Indem Sie hier in diesen Begegnungsraum eintreten und auseinander zugehen, sich austauschen. Einfach fragen, wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie die Kunst? Und ich glaube, Sie können heute einen wunderbaren Abend verbringen, miteinander, indem Sie in diesen Begegnungsraum eintreten. Insofern wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Abend und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Vielen Dank.